Um eine Anfrage für ein neues Team oder eine neue Gruppe mit dem Teams-Manager zu erstellen, navigieren Sie zur Teams-Manager-App und wählen Sie den Reiter Anfragen. Um eine Anfrage zu stellen, klicken Sie auf Anfrage hinzufügen. Entscheiden Sie zunächst, welchen Gruppentyp Sie anfragen möchten. Abhängig von Ihren Einstellungen können Sie zwischen bis zu fünf Optionen wählen. Eine Anfrage für ein neues Team, eine neue Sharepoint-Site, eine neue Kommunikationsseite, einen neuen Planner oder einen neuen Kanal für ein bestehendes Team erstellen. Hier sehen wir uns die Anfrage eines neuen Teams an. Wählen Sie dann, ob Sie ein privates oder ein öffentliches Team erstellen möchten. Im nächsten Schritt wählen Sie die richtige Vorlage für Ihre Anfrage aus. Verwenden Sie den Namen und die Beschreibung der Vorlage als Orientierungshilfe. Nun müssen Sie die grundlegenden Informationen des Teams angeben, einen Namen und eine Beschreibung festlegen und weitere Teambesitzer sowie Mitglieder hinzufügen. Geben Sie einen Kommentar zur Genehmigung an, der erklärt, wofür Sie das Team benötigen. Entscheiden Sie über den Gastzugang und klicken Sie auf Weiter. Wenn Ihrem Template Metadatenfelder zugeordnet sind, werden Sie jetzt aufgefordert, zusätzliche Informationen zu Ihrem neuen Team einzugeben. Danach erhalten Sie eine Übersicht, wie das neue Team aussehen wird. Beachten Sie, dass der Teamname und andere zusätzliche Einstellungen von einer Namenskonvention beeinflusst werden können. Überprüfen Sie alle Einstellungen und klicken Sie auf Weiter. Nachdem Sie eine Anfrage erstellt haben, erhält der Genehmiger eine Benachrichtigung von Teams Manager. Als Genehmiger erhalten Sie eine Übersicht über alle Teaminformationen und können bei Bedarf Änderungen vornehmen. Um eine Anfrage abzulehnen, müssen Sie einen Kommentar für den Anfragenden hinterlassen. Nachdem der Genehmiger auf Genehmigen geklickt hat, wird das neue Team erstellt. Die Anfrage ist damit erfolgreich genehmigt. Sie als Benutzer erhalten nun eine Benachrichtigung und das neu erstellte Team erscheint in Ihrer Teamliste. Wenn Sie mehr über den Anfrage- und Genehmigungsprozess des Teams Managers oder über die anderen Gruppentypen erfahren möchten, laden Sie einfach den Teams Manager im Teams App Store herunter oder buchen Sie eine persönliche Demo auf unserer Webseite. Die Anfrage ist damit, dass Sie eine Anfrage- und Genehmigungsprozess des Teams vertreten. Die Anfrage ist damit, dass Sie eine Anfrage- und Genehmigungsprozess des Teams vertreten.